Mein Name ist Max Pleintinger. Ich bin geboren am 22.03.1952 in Möding. Die Autos, das ist Leidenschaft. Ich bin mit denen groß geworden. Meine Lehrzeit und mein Beruf, das ist zum Hobby geworden. Unser erstes Auto war ein DKW Junior Deluxe. Da war ich zehn Jahre alt. Und dann später bin ich bei diesem Händler in die Lehre gekommen. Dann ist es mit den DKW Autos zu Ende gegangen und da ist die Marke Audi neu entstanden. Das ist dann in Fleisch und Blüterwürger gegangen. Das rote Audi Coupé ist Eigenbau. Das zweite Coupé war rein zufällig, dass ich das bekommen habe. Der Audi Variant, das ist das Sonnenstückchen, das ich unter den drei habe. Aus erster Hand und im Originalzustand. Die erste Zulassung ist 5. Mai 1967. Es sind ungefähr zehn Stück weltweit noch vorhanden. In manche Oldtimer-Märkte bin ich immer mit den Varianten gefahren. Und die Leute, die wir mal gesehen haben, die waren begeistert. Dadurch ist die Leidenschaft zur Audi immer mehr und mehr geworden. Audi ist Audi. Joe! Musik 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 Aladdin